Hey ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den besagten Haul und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Im letzten Video habt ihr gesehen, ich war im Designer Outlet und jetzt wollte ich euch einfach mal zeigen, was ich gekauft habe. Es ist nicht allzu viel, aber doch einige Menge, dass ich das nicht mehr in den Vlog reinnehmen wollte, sondern extra zeigen wollte. Und ich würde sagen, wir fangen an. Als erstes war ich ja bei Mango, das habt ihr ja gesehen. Und da habe ich mir zwei Teile gekauft. Als erstes habe ich mir dieses T-Shirt gekauft. Ich fand das super cool, weil es vorne ein bisschen kürzer ist und hinten etwas länger. Und an der Seite hat es solche Schnürungen, rechts und links. Ich habe es in Größe S gekauft und es wurde von 26,00 Euro auf 7,99 Euro runtergesetzt. Und dann habe ich mir bei Mango noch diese Rockhose gekauft. Auch in Größe S. Und sie wurde von 40,00 Euro auf 13,00 Euro runtergesetzt. Dann war ich noch bei Calvin Klein. Da habe ich mir ein T-Shirt gekauft, weil ich brauchte neue T-Shirts. Ich hatte keine richtigen T-Shirts mehr. Und da habe ich mir auch ein weißes T-Shirt gekauft. Die Pailletten sind Silber und die Schrift ist schwarz. Fand ich super, super schick. Auch in Größe S. Und vorher hat es 50,00 Euro gekostet und ich habe jetzt noch 34,00 Euro bezahlt. Hat auch eine super Qualität. Also ist wirklich ein dickerer Stoff, was ich super gut finde. Dann war ich bei Adidas. Und da habe ich nichts für mich gekauft, sondern für meine kleine Nichte diese Turnschuhe gekauft. Ich finde die super süß. Sie hatte schon mal so eine ähnliche. Vor allem gut mit Fettverschluss. Kann sie dann selbst auf und zu machen. Und da habe ich Größe 24 genommen. Und sie haben vorher 28,00 Euro gekostet und im Outlet habe ich jetzt 19,00 Euro bezahlt. Ich finde die Sohle cool. Wenn die Sohle noch ein bisschen hier oben wäre, dann wäre es richtig cool. Aber so finde ich sie auch richtig cool. Dann war ich bei Timbaland drin. Und ich habe mir schon immer ein paar Schuhe gewünscht. Und teilweise waren sie mir immer zu teuer. Und genau an dem Tag hatten sie diese Schuhe da. So, hier ist die Verpackung. Jetzt machen wir sie mal auf. Oh, ich finde sie so toll. Sie sehen so aus. Oh mein Gott, ich finde sie so toll. Natürlich auch noch einen zweiten. Der ist so. Also wirklich, wunderschöner Schuh. Läuft sich super gut. Super gut laufen die sich. Ich habe den in Größe 39 genommen. Weil ich habe ja in flachen Schuhen 39 und in hohen Schuhen habe ich die 38. Von 195 Euro auf 130 Euro. Habe ich mich super, super gefreut darüber. Dazu habe ich noch ein Spray benutzt. Damit sprühe ich die Schuhe ein, damit die nicht super, super empfindlich sind. Und das hat gekostet 12 Euro ganz normal. Also das war jetzt nicht heruntergesetzt. Und als letztes war ich bei Michael Kors. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie lange ich in diesem Laden war. Für meine Freunde hat sich das angefühlt wie zwei Stunden. Aber ich glaube, ich war schon eine Stunde da drin. Ich habe mir fast jede Handtasche angeguckt. Dann habe ich sie anprobiert. Weil ich bin immer der Mensch, ich probiere dann Handtaschen an mir an. Weil ich finde manche Handtaschen super schön, aber sie müssen auch zum Typen passen, finde ich. Nach einer Stunde bin ich rausgegangen ohne Handtasche. Ich hatte keine Handtasche dabei, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Da war eine Handtasche, die hat mir super gut gefallen. Das war eine grau-silberne. Sah sehr elegant aus, aber die war mir zu groß. Weil abends trage ich lieber kleinere Handtaschen. Ich mag es abends nicht, sozusagen mit einem Reisekoffer unterwegs zu sein. Und deswegen habe ich sie mir nicht gekauft. Und dann sind wir auch nach einer Stunde rausgegangen. Und dann sind wir weitergelaufen, waren bei Adidas. Da habe ich dann die Schuhe für meine Nichte gekauft. Und die ganze Zeit habe ich überlegt, gehst du doch nochmal zurück? Und guckst du doch nochmal? Und dann bin ich doch nochmal zurückgegangen. Denn ich habe mir auch eine Klatsch dort angeguckt. Weil ich habe noch keine Klatsch. Ich möchte auch neue Handtaschen kaufen, die ich wirklich noch nicht habe. Also nicht eine Handtasche in fünf Farben oder nur schwarz. Das wollte ich nicht. Dann habe ich mich auch entschieden. Ich zeige es euch jetzt. Mann, ich rede hier so lange. Und ihr denkt euch, Mann, zeig endlich die Handtasche. Und es ist letztendlich diese Klatsch geworden. Ich finde sie wunder, wunderschön. Und in genau diesem grau-silberne war die größere Handtasche. Aber sie war mir zu groß. Also die hatte die Größe. Warte, ich kann euch ja mal eine Tasche zeigen. Ja, hier. Ich habe jetzt mal hier die geholt. Die ist von Hoge Boss. Und so hatte die auch die Größe. Und da fand ich das ein bisschen zu too much. Also das war zu viel mit dem grau-silbernen. Deswegen habe ich die nicht gekauft. Aber die größere Farbe gefiel mir super. Ich habe wirklich noch gar keine Klatsch. Die hat hier auch... Ich kann es ja mal aufmachen. Also hier hat sie den Henkel. Nicht sehr lang. Aber für die Schulter reicht es. Also hier hinten hat man eine Tasche. Da habe ich jetzt die Kette reingemacht. Und hier vorne hat man eine Tasche. Mit einem Fach. Und einem Reißverschluss. Was hat sie gekostet? Sie kostet eigentlich 225 Euro. Und im Outlet hätte sie 149 Euro gekostet. Und mit der Summe bin ich auch in Gedanken zur Kasse gegangen. Was ich super in Ordnung fand. Und an der Kasse haben sie mir gesagt, dass die Tasche heute nur noch 104 Euro kostet. Worüber ich mich natürlich sehr, sehr gefreut habe. Den Weg zur Kasse. Wie sollte es anders sein? Habe ich noch was entdeckt. Was Kleines. Haben sie mir auch in so eine schöne Box verpackt. Und zwar nochmal eine kleine Mini-Klutsch. Die ist also wirklich so groß wie meine Hand. Passt super mein Handy rein. Ein bisschen Geld, Ausweis, Kreditkarte, sonst was, was ihr braucht. Das finde ich super, wenn man mal schnell unterwegs ist. Wenn man wirklich ganz wenig nur braucht. Und die kann man hier öffnen. Hat hier ein großes Fach. Und dann noch kleine Fächer für Karten. So ist es offen. Und so ist er wieder zu. Kann man hier seine Hand rein machen. Und hat das so fest. Und ich finde die Farbe auch super, super schön. Sie kostet eigentlich 125 Euro. Und der Outlet-Preis ist 79 Euro. Und genau dasselbe wie bei meiner anderen. An der Kasse wurde mir wieder gesagt, heute Special-Preis für nur 24 Euro. Also wirklich super Schnäppchen. Habe ich mich super, super gefreut. Habe zwei neue Abendtaschen. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Also wirklich, die gefallen mir super gut. War wirklich gut, nochmal reinzugehen und nochmal lange zu überlegen. Wirklich, ich überlege mir immer solche Sachen genau. Ob ich sie brauche. Ob sie zu mir passen. Und alles sowas zu meinen Sachen. Weil es gibt bestimmte Farben, die sind schon schwierig zu kombinieren als Handtasche. Und ich will nicht immer wieder nur eine schwarze Handtasche. Danach sind wir ja noch zum Karls Erdbeerhof gefahren. Dort haben wir dann Mittag gegessen. Die Zeit dort ein bisschen verbracht. Und waren auch in der Eiswelt, was ich super toll fand. Also es war wirklich kalt. Man hält es wirklich nur 10, 15 Minuten aus. Wenn man nicht genug anhat, bekommt man auch einen Umhang. Den kann man sich ummachen. Und es war wirklich cool. Es gibt dort zwei Eisrutschen, was ihr auch in meinem Vlog gesehen habt. Hier nochmal dann oben am Ende verlinken. Was muss man natürlich bei Karls Erdbeerhof kaufen? Marmelade. Ich liebe die Marmelade von Karls Erdbeerhof. Und als kleine Sünde habe ich mir die Erdbeermarmelade mitgebracht. Nicht nur mir, auch meiner Mama und meiner Oma. Die lieben die auch. Und das ist wirklich eine süße Aufmerksamkeit. Auch die Bonbons sind super. Und alles. Also wirklich. Erdbeermarmelade von Karls Erdbeerhof. Wenn ihr sie noch nicht probiert habt, dann probiert sie. Und das Gute ist, es hat 365 Tage im Jahr auf. Es kostet keinen Eintritt. Also ihr könnt dort einfach hin und gucken. Und den Tag dort verbringen. So ihr Lieben, das war es mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Hier oben verlinke ich euch noch den Vlog, wo ich im Outlet war. Und dann im Karls Erdbeerhof. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ich freue mich immer wieder über neue Abonnenten. Ihr seid wirklich super toll. Und ich freue mich über euer Feedback. Es macht mir total Spaß, Videos zu drehen. Ich freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video mit dabei seid. Eure Anne. Schere. Man braucht immer zu den ungünstigen Momenten eine Schere. Der Outlet Spray. Jetzt habt ihr meine Leggings angesehen. Ja, oben rum schick und unten rum Jogginghose. Muss ja auch bequem sein hier. Etikette schon mal ab. Gut. Schere gespart. 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 Untertitelung des ZDF, 2020